Wir sind froh, dass wir gewonnen haben. Wir sind sehr froh, dass wir gewonnen haben. Ich bin aber stinke sauer über das, was passiert ist mit der Schiedsrichterentscheidung. Ich habe die nochmals angeschaut, die Sequenzen. Der Schiedsrichter hat den VAR konsultiert und hat keinen Elfmeter gegeben. Wenn ich das anschaue, dann sehe ich, dass der Spieler den Fuß unseres Spielers getroffen hat und nicht den Ball. Ich habe mich gefragt, dass es in allen Zeiten nach der Gespräche gibt. Die erste Sache ist, dass man die Schmerzen und die Schmerzen auf dem Schmerzen. Das ist bei der Schmerzen der Schmerzen am 18. Das hat die VAR und die VAR auch nicht gesagt. Das ist sehr schwer. Und ich weiß nicht, wie es möglich ist, dass man das nicht sehen kann, wenn man den VAR konsultiert. Und ich weiß nicht, wie es möglich ist, dass man das nicht sehen kann, wenn man den VAR konsultiert. Und es gibt nur Gelb. Also ich weiß nicht, was da passiert ist oder wie das möglich ist. Und dass man das nicht sehen kann und dass die Linienrechte den unterstützen, also völlig unverständlich für mich. Ich weiß nicht, wie es möglich ist. Es war einfach zwingend ein VAR eingreifen und muss den Jury bestimmen, also das ist eine Entschuldigung, ich weiß auch nicht mehr was man dann da noch sagen muss. Der VAR, ich weiß auch nicht mehr, was man da noch sagen muss. Ich bin sehr froh, aber das passiert, das ist sehr schade, und das ist eine Entschuldigung, das ist eine Entschuldigung. Danke, Coach. Jetzt starten wir die Fragen. Hier, hier in front. Es ist offen, es ist offen, Blabba. Nein, es ist nicht offen. Herr Köhler, heute war es sehr wichtig für die Ägypten, oder die Ära, oder die Ära, oder die Ära, oder die Ära, oder die Ära. Und dieserủ HIDEF und derfalle ist Happy Tag für die Ära, oder die Ära aussen,Ósten, der wir sehen. Die Ära, in Ägypten und marketsern, Statist impossible, die Ära, noch ganz so iterate bin. Also, was your opinion? Oh, please, guys, let him ask his questions. Please, Baba, please go straight to the questions. Thank you. We are very surprised about the result. This is a long story. You showed the last 10 months a very good performance. We are surprised because we have more expected today. Especially the game-tors we received. How did you have the game-tors? The question is, what do you do or how do you do it when you get the game for the game-tors? Grundsätzlich sage ich jetzt mal, das ist ein Champions-League-Finale. Das sind die besten Mannschaften, die sich für diese zwei Spiele qualifiziert haben. Also da kann man nicht einfach annehmen, dass man so machen kann und okay, man gewinnt automatisch. Wiedert hat auch eine gute Mannschaft, die haben gut gespielt. Und dann ist halt so, okay, wir haben natürlich bei dem Gegentor auch Fehler gemacht. Aber wenn ich jetzt das anschaue mit Elfmetern, mit roten Karten, okay, dann würde das eigentlich ganz anders aussehen. Ist nicht so, können wir nicht ändern jetzt. Aber ich bin sauer über das, was passiert ist oder was vom Schiedsrichter geleistet wurde. Dementsprechend, wir haben gewonnen. Und ich bin überzeugt, dass wir auch in Casablanca ein Tor schiessen können. Und das ist aktuell der Faktor. Also wir haben nicht verloren, wir haben gewonnen. Ja, das ist ein Problem. Aber bitte, Leute, wir sehen, wir haben 15 Minuten zu gehen. Wir sehen uns nicht so schön. Gehen wir das bald. Für alle. Ich habe die Freude und die Sprecher, dasuce zu gehen. vel. Wohl. . Das ist der Grund, warum sie so spät ausgewechselt haben. Sie haben bis zur 82. oder 83. Minute gewartet. Sie haben gesehen, dass die Mitglieder mit der Zeit haben angefangen, den Mittelfeld zu verlieren für den Wiederholzspieler. Sie haben versucht, was die Fitness angeht, aber auch die Konzentration, hat am Ende ein bisschen zugelassen und die Spieler haben vielleicht neues Blut gebraucht. Warum haben sie zu spät ausgewechselt? Das haben wir gesehen, das hat die Leistung beeinflusst. Nein, das glaube ich nicht. Das hat beeinflusst, dass wir nach vorne gerannt sind. Wir haben 2-0 geführt und wir haben nicht mehr das gespielt, was wir immer wieder sagen, was wir den Spielern wieder erklären. Dass wir im Ballbesitz bleiben, dass wir im Zentrum zustellen, dass wir kompakt sind. Das haben wir nicht gemacht. Die Spieler konnten nach vorne rennen, aber nach hinten ist es immer ein bisschen schwierig. Das war nicht gut. Wir hätten hinten zustellen sollen und dementsprechend mit dem Ballgewinn nach vorne kombinieren. Das war nicht gut. Ich glaube, das war nicht gut. Ich glaube, das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Ich möchte das den Spielern zu sagen, damit sie die Säkse in den 5-Jahren sind, wie die Märchen und Dauerns. Er kann nur mit der Säkse in den 5-Jahren kommen, aber die Säkse nicht mehr. Er kann nur mit der Säkse in den 5-Jahren kommen, und er kann nur mit der Säkse in den 5-Jahren kommen. Das ist keine Frage. Ich möchte nur einen Kommentar oder eine Empfehlung. Der Trainer hat gesagt, er will 5-Jahren gegen uns gewinnen. Und ich will, dass sie das den Spielern sagen, damit sie dann mit ein bisschen Überzeugung dort gehen und zeigen. Aber es ist keine Frage. Alles gut. Es gibt keine Antwort auf den Fragen. Nein, nicht Antwort auf den Fragen? Okay. Da. Da. Es gab keine Antwort auf den Fragen. Da. Die Schreie auf der Backkarte. Hallo. 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 Herr Kohler. Ohhh, was ich machen? Ich sehe mich ein Freund. Sie fragen doch mal, Herr. Wie soll es leaden? Ich hatte ein Freundes. Ich mache dich nicht aus. Schausch. Ich beteige dich. Ich habe keine surgeet. Ich mache mich ein almohör. Es geht ab. Ich sehe mich. Schausch. ich dann momentan vorbereiten und besonders, dass der Ali dann zweimal im Finale auf diesem Platz verloren hat. Ja, also das war beides Mal nur im Finale oder? Nein, nein, einmal war es Hin- und Rückspiel, einmal war es ein Spiel. Okay, aktuell muss ich natürlich auch zuerst meine Gedanken ein bisschen sortieren. Ich gehe jetzt noch Abendessen und lasse mir das sackern, dann schaue ich das Spiel nochmals an und dann werden wir die Woche dann gut vorbereiten und dementsprechend auch bereit sein dann fürs Rückspiel. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. Vielen Dank. Thank you, Coach.